Wir haben wieder mal was vor. Was genau? Das zeigt uns der Olli. Morgen. Morgen. Durch diese Folientür müssen unsere Opfer. Keine Sorge, man kann sich nicht verletzen. Es sei denn, man holt sich eine Lachmuskelzerrung. Hallo, grüß dich. Der hat den Quatsch. Kannst du direkt durchgehen, gell? Wie würde es im Fußball heißen? Das würde ich mir gern noch mal in Zeitlupe anschauen. Okay, mit gerne. Tschüss. Genau, gleich durch. Musik Wollen Sie jetzt verarschen? Ja, herzlich willkommen in einer selbenverstehenden Spaß. Und da hinten ist die Kamera. Untertitelung des ZDF für funk, 2017